Biolo. Nimm deinen Charakter Giolo. Giolo oder Biolo. Giolo, Biolo. Gucken wir mal, gucken wir mal. Wo sind die Drops bei euch guys? Heute will ich mindestens 4-5 Drops von euch sehen. Wenn wir schon nicht droppen mit 80 Konsolen, dann soll es bei euch funktionieren. Ne? Sonst gibt es aber hier Ärger, ihr Freunde. Wo sind die Drops? Aber Twitter ist komplett full mit Drops. Also nicht nur von meiner Seite aus, sondern generell. Keine Ahnung, manche feiern ihren sechsten Drops schon, wie ich das gesehen habe. Mit einer Konflute. Nein, aber keine Ahnung. Was suchst du denn? Geschwindigkeit oder was? Ja, hier steht Ja, hier auch. Hier auch. Ich weiß nicht, hier links kommt das viel langsamer als rechts, diese Animation, deswegen merkt man das. Ich weiß nicht, wie man das will. Vielleicht DS unterschiedlich oder so. Das kann sein. Tatsächlich. Frame-Verarbeitung ist anders. Jetzt rechts da. Jetzt ist erst links da. Ja, vielleicht andere DS, andere Geschwindigkeit. Kann gut sein. Du hast erst drei, Tiger. Tiger wird zum neuen Full Anta. Full Ort Santa. Aber hey, Kai ist es da. Erst drei sagt er. Ja, ja. Ich wohl dich noch, Digga. Mach mal ruhig. Ne, mach mal ruhig. Ich guck mal back to back. Schein ist jetzt mal kurz langsam. Locker block ich raus. Echt jetzt? Welches? Der links. Du hast kaputt gemacht. Ja, hör auf an den Einschlel rumzugucken. Ja, dann start's mal neu. Das linke kannst du normal starten. Äh. Ne, da. Wie geht noch? Da. Oha, Scheini Tedduosa, Mann! Bam, Alter! Bam, Alter! Was ist los, Digga, Mann? Scheini Tedduosa, Digga! Scheini Tedduosa, Mann! Junge, voll abgelenkt, Mann! Ey, Tiger Run! So, auf geht's, Freunde! Haters gonna Haters, Alter! Was ist hier los, Freunde? Scheini Tedduosa ist am Start, Mann! Erste Scheini der Safari Week 2020, Freunde. Wie geht's? So, jetzt muss der Catch natürlich noch am Start sein. Sonst gibt's halt Probleme. Aber der Chat hat's schon gesehen, Mann. Ja? Der Chat, ja, ja. Ich hab mich umgedreht. Ich hab nicht erst mal auf meinen Poké geschaut, sondern erst auf Chat, Alter. Und der Chat hat schon was geschrieben, Alter. Der Chat spoilert uns voll. So, Freunde, okay. Der muss drin sein, Freunde. Der muss drin sein. Shiny Tedduosa sieht mega mächtig aus, Freunde. Mächtiges Wesen, Freunde. Mächtiges Wesen, Freunde. Mächtiges Wesen. Wenn der raus ist, Stream vorbei. So, auf geht's, Freunde. Auf geht's. Auf die Plätze. Fertig. Los. Call oder nicht Call, Freunde. Call oder nicht Call. Catch oder nicht Catch. Catch oder nicht Catch. Catch oder nicht Catch. Catch, Mann. Catch, Freunde. So läuft die Safari. So läuft sie, Freunde. Nur so. Easy, Alter. Das war einfach drin. Easy. So, wo ist Power-Safe, Alter? Zeig mal deinen Power-Safe. Easy, 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 game. Nice. Richtig nice, Freunde. So. Das hat aber auch gedauert, ey. Muss aber jetzt irgendein Teddy oder so. Nichts. Das ist ein Protokoll Teddy, Alter. Das ist ein Protokoll Teddy, Alter. Boah. Top. Glückwunsch, Alter. Wo? 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 Ich muss rausgehen. Mhm. Zum Speichern rausgehen? Ja, ja. Warte. Okay. Ne, ganz unten war das hier so. Hey, kann ich? Wass mal, ja, genau so. So, haus. Kurz speichern. sehr sehr nice guys number one first shiny was ist los ich muss jetzt mal kurz gucken ob ich das jetzt hier habe ich muss jetzt erstmal das ist die edition freunde wo ich mir habe luke habe da ich habe hier alle alle fast alle 3 der dritte gen scheint drauf das ist so die richtige guck mal hier dodo allererstes safari poky in shiny 2017 bekommen new 2017 lugia 2019 oder 18 ich weiß jetzt gerade nicht so dass kek leon wegschmeißen dann hole ich mal den anderen boi rein new edition legendär hier sieht man zwischendurch halt normale gefangen weil so und der geht rein hier der boi sag ich muss jetzt erstmal den spot wiederfinden wo das moment so jetzt gehen wir mal kurz raus das ist so eine alte edition das ist genau der grund weil ich sage warum auf emulator zocken freunde jederzeit die edition raus packen und sein glück noch mal versuchen mit seiner traum edition freunde wurde ich schon gedroppt sind wo man sie jederzeit sehen kann so auf geht's greist respawn schauen wir uns mal an okay okay holy shit alter erstes shiny erstes shiny not bad und da ist es kräftiger bursche krass wen hat es abgefuckt wird zu hell war er war es noch mal so richtig neues kreis richtig neues lakia die ok so ich gehe mal kurz hier das bleibt ja erstmal komplett ist nicht gesehen dass okay weil mit deinem sp da immer wenn bei mir was ist kommt bei dir was ich guck so auf dein ds mal auf einmal scheinen ja ich helfe dir eigentlich ja ich helfe dir eigentlich